sie da haben wir kommen zurück bei und alle so schön nehmen zu starb aus der vor uns an die ist ich bin übrigens jetzt wohl gespannt wie ich mich bei dem jetzt hier schlagen werde weil das jetzt schon uhr lang nicht mehr auf soviel dazu wir haben ja als uhr lang schon immer aufgenommen wir sind jetzt gewohnt zu reinspielen wir haben uns gerade ein spiel gespielt das hat sich nicht gespeichert vom letzten mal wir haben jetzt die ganze distance gespielt die ganze beta so spring einfach hoch oha wir haben alle hat es nicht einfach was juhu okay das war nicht ganz wichtig wer muss das wieder reinkommen was sie will nun zu nein ich habe doch aber die steuerung ist auch mal so ein Karte wenn man sie nicht dann kann es auch nicht lasst mich das eine hohe kommen ja okay wirklich ich bin warte das hinten wollen wir natürlich auch das tun Achtung hat es so wenigstens mal runter fliegen können Arschloff die Sonne hat wieder hergeschickt du willst du das spiel mach einfach macht Schluss mit E also die können das ja abhören die mit ein Schutzschild natürlich die kannst du mit Laser schütteln B B B B B B die geile in dem abgeschnitten die er in Boden drin steckt auch sehr geil hinten ist nur nicht gut Prozent die Schwesters zu der Kindergärten an das gleiche ich habe gedacht das sind Lappenkron Kamen Holkommen sich auf die Grunde Fakt ist noch einer das überlebt für das nicht ganz troffen der überlebt das der liebt noch immer gar ich weiß wir müssen schon welche Aufgaben wir haben da gut jetzt so Aufgaben Missionsziele wir haben zu stören den Funkturm acht Punkt ach so ist es dann hin oder zu stellen Funkturm Funkturm und wieder 15 Hologn ganz ganz leicht wo gehen wir lang zuerst oben hast du dein Lichtschirm oben dann wird man dich loben nur was was passiert wenn du die rausgibst ne mit Macht so rausziehst Macht rausziehen rechts klick ach so verdammt vielleicht könnt ihr dann hinter einen Hologron verstecken oder ne das ist der kommt zum Rauch laut die Gegner neul wie ich das Katon zerstört hab hast du gesehen ach so hier können wir jetzt schaden war das der Funkturm nähe ne wurde das Hologramm wenn man unten geht sieht man das kann springen aufstieg das ist unten auch noch so warte ich schon kurz oben noch was ist socar mit bertelung nehmen musste schon noch umgehen E.W. auf zurücker schießt bis zu katzfolli dramatische Musik ist und wo gar nichts ist Gernbeeren ob o wo kommt jemand wo wo kommt ihnen her doch dem Haus ist gar nicht wir sind bei uns als ein er ist das ist aber da musst du was zerstören da drin musst du was zerstören das läuft jetzt so und der Recht was ist das Recht das könnte es also das ist vielleicht die Kasse zu zerstören wie du nun mit zu so Kontrollkern ich muss zwei Kontrollkern und da ist noch ein Holgeron fucking ein das ist und wer das ist das ist geil das muss ich schon sagen ich finde es aber wirklich geil das ist nicht nur ach so es ist ja nur ist man muss nicht oben gehen man kann oben gehen war das gerade der größte Lappen überhaupt Apropos Lappen ich soll ich mal dahinter Halli Hallöchen da kommen wird sich schon irgendwie rausgehen ne leider nicht musst du da noch was zu stören bei dem Turm ich weiß es nicht doch da unten Scheiße da musste ich oben in Schild hinstellen du musst so ständig macht das einfach später was sich jetzt noch umbringen Mann gut als wir darauf rennen ist noch Scheiße Scheiße oah ok das ist was ist gerade immer ein bisschen unregend ich schaue so gerade 10 Sekunden ob was kommt es kommt ernsthaft ja stimmt das habe ich gehasst bei dem Spiel ah ja stimmt das ist ja bei dem Spiel so richtig scheiße bei der Wii gab es nicht du konntest mal nichts speichern da musstest du wenns du abdrehst und du bist genau am Ende eines überhaupt ganzen Planetens hat dich gehoben du musst den ganzen Planeten auch mal neu machen ja genau fick dich doch fick dich doch fick dich doch du musst die alle umbringen ne muss ich gar nicht oder die Machtpunkte brauchen und die du dich töten nehmen lieber Unverwundbarkeit ok Holocon sind jetzt einfach nimmer da oder muss gucken muss gucken und uns nimmer die Künstler betrifft die Anzüge mit dir ist auch einfach Blitz bestimmt der Einführer das sind so lange nicht ohne so zu groß ich bin heute wo nicht ist aus dem Weg kommt er zuerst mal halt doch zum Urhe haltet dein Maul tot der mit dem Toren das kannst du es mal zu stellen Blitz lieber das überhaupt nicht verwendet muss ich seine Stimme ja ja und jetzt auf von oben dann so eine Bombe rein du darfst elektrisieren also Blitz machen du wirst nicht nur getroffen du wirst getötet Birch du wirst nicht nur getroffen hast nein du musst dich in das Schild stellen sonst stirbst du gleich wieder stell ich in das Schild ja da ist auch noch eins so wird es möglich gesehen werden deswegen bin ich auch gestorben klar ja du darfst es in die Hand nehmen das Wort hieß es jetzt noch nö aber du lebst aber die Bombe brauchst du für was anderes der musste nicht in der Runden töten warte nein ja ja warte du musst dich auch so was von du kannst es hier kannst du den Stein nicht von hier oben aufheben gut dann vergisst das das ist immer das Volk ja mhm jetzt hast du aber nicht doppel Sprung gemacht ich habe aber zwei mit drauf gedrückt und ich glaube mit zwei mit drücken hab ich nicht mehr mal mitgekriegt fuck the shit gib dir wieder zurück hier kommen nur ok die willkommen zurück zu 8 die scheiße was soll denn da ich hab doch nichts runter fliegen darf ich das holen und dann bitte holen Töter vom ja warte warte ich mach mal das dazu bin ich heute fähig und du hast es nicht anwesiert deswegen griffst es nicht weil es ja auch so logisch ist ja warte was war das jetzt das war ja der Kontrollturm passt nicht sonst wäre ich das Foto holen du kannst mich am Arsch lecken aber ich haben wir nicht um naja haben wir ich mache mir mal ein Schild oh ok ich bin elektrisiert natürlich die anderen dann auch du kannst einfach darauf hin naja im ersten Weg heute bin ich echt nicht aufgelegt auf das Spiel ich weiß nicht ob man das irgendwie bemerkt hat oder so wahrscheinlich nicht jetzt kommt dann eine Zwischensequenz soweit ich weiß so naja 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 die auf der Kiste wie der Sink gegen die Wand schießt zu frühstigen und Klappe 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 du bist du du bist du du bist du du bist du die ganze Zeit nicht hinschaut warte hier auch die ganze Zeit durch du fang den da du fang deinen Freund oh der fang und du fangst den jetzt wieder zurück oh und dann halt nicht oh ich dachte du stichst du mir jetzt in die Eier warte schau mal ob hier ein Holocaust oh 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 theoretisch würde es ja da oben eins sein aber da oben kommt man ja nicht rein also vielleicht von der anderen Seite hauptsache da oben ne nicht da oben kommt man drauf irgendwie ne kommt man nicht? hä? was? aber muss da oben hinkommen oder? oder kommt man das irgendwie? egal ja 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 was wisst du eigentlich was ich nur doof findest dass ich auch wenn sie schlägt sie einfach mal nicht mehr klappe und jetzt stirb und jetzt stehen wir überhaupt stirb 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 bleib einfach am Boden liegen keiner braucht dich auf dieser Welt auch so im Fluss auch was bist du so du bist zum Affetal komm raus da so nein du bist ein Wookie oder? ja hallo wookie hallo wookie hallo wookie hallo wookie ich habe ein hologram gefunden war das einfach nur da so oder musste man dafür irgendwas machen? eigentlich vielleicht weil ich den Kopf weggenommen habe könnte wirklich sein hauptsache ich kann das jetzt nicht wegnehmen na egal gut so viel wird es jetzt nicht mehr sein gut so viel wird es jetzt nicht mehr sein wie immer du 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 oh den kann ich noch mehr hallo hallo das ist geil irgendwie witzig aber ja das ist eigentlich eine Zwischensequenz aber eigentlich ups ha 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 sag uns was passiert ist kein Plan nee ähm der General hat nur mit der Lea gesprochen ja ne das ist ein Porno was ne ja gesprochen und ja ich weiß nicht mehr ganz genau ist jetzt auch egal ich meine Hologram ich würde fast sagen wir können das ja eh heute schon jetzt schon beenden ja fast fast klar weil nach der Zwischensequenz hat es glaube ich eh gespeichert was hoffen sie mehr dann wird umbringen lassen sie kämpft noch gegen den oder gegen ihn mit dem was 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 helft mehr hätte ich in ein recht umbringen sollen aber sie helfen sie bringen einfach alle um die was sie zu sehen es ist das so wie nee das würde ich gar nicht nach ich will das die sind das keine Fischer Ja, ja. Hat schon auch geile Ansätze. Fuck. Komm, mach auf, wollte ich ja nicht sagen, aber egal. Hey. Kumpels oder so. Mehr oder weniger Kumpels. Wollt ihr immer diese Scheiß-Teile? War ja nur. Das war schon immer ein Problem. Nee, hauptsache springt da raus. Dom ist ja weh, nix, oder? Egal, komm. Muss sowieso schon... Na, warte, wie lange ist denn? Ja, ist ja schon wieder Zeit. Tschüssi, komm, bis zum nächsten Mal. Ja, tschau.